Hallo ihr Lieben, wir machen Birnen-Lebkuchen-Marmelade. Wir schälen, entkernen und würfeln 1,5 Kilo Birnen und geben 50 Milliliter Zitronensaft hinzu. Wir geben 3 Teelöffel Lebkuchengewürz hinzu und lassen alles köcheln, bis die Birnen weich sind. Danach pürieren wir die Birnen, je nach Geschmack entweder mit ein paar Stücken oder komplett. Dann fügen wir 750 Gramm Gelierzucker hinzu, verrühren alles gut. Und lassen die Masse 4 Minuten kochen. Dann schöpfen wir den Schaum ab und geben die Marmelade in sterile Gläser. Schaut euch noch andere tolle Rezepte von uns an, ich sag danke und bye bye. Schaut mal bei uns rein, wir haben ganz viele Playlists. Die Rezepte sind nach Kategorien, Festtagen und Kontinenten sortiert. Da ist für jeden was dabei. Und natürlich abonnieren nicht vergessen. Danke. Ciao, ciao. Bis bald. Bis zum nächsten Mal.